Nie wieder eine Prop Trading Challenge in den Sand setzen. Ich will dir heute zeigen, wie du systematisch jedes Konto retten kannst. Vielleicht kommt dir ja die folgende Situation bekannt vor. Du möchtest es schaffen, Prop Trader zu werden. Du hast dir eine Challenge gekauft und hast angefangen, diese zu handeln. Der Anfang lief nicht ganz wie geplant und dein Konto geht so ein bisschen ins Minus. Nicht weiter schlimm, denkst du dir. Ich muss mich einfach nur an mein System halten und mach weiter wie bisher. Die nächsten Trades kommen, dein Konto kommt immer mehr ins Minus. Du bist vielleicht bei minus 4%, minus 5%. Du hast das Gefühl, es wird immer schlimmer und dein Konto geht immer weiter ins Minus. Du gerätst immer stärker unter Druck und irgendwann stehst du vielleicht bei minus 7% oder minus 8% und denkst dir, Mist, ich habe keine Chance mehr, das ganze Ding zu drehen. Komm, ich versuche jetzt nochmal was. Ich setze alles auf einen letzten Trade. Und was passiert? Natürlich geht dieser Trade nicht auf, sondern dein Konto endet im maximalen Drawdown und du hast damit erfolglos eine Challenge in den Sand gesetzt. Wenn dir die Situation bekannt vorkommt, dann ist das genau dein Video, denn ich will dir heute mein System mit an die Hand geben, wie du jede Challenge aus dem Drawdown rausziehst und erfolgreich abschließen kannst. Aber bevor ich dir alles genau vorstelle, wie immer, wenn dir das Video hilft, würde ich mich sehr über dein Like freuen. Und wenn du noch kein Abonnent des Kanals bist, dann worauf wartest du? Drück die Abo-Glocke und dann verpasst du auch kein Video mehr. Dann kommen wir doch direkt zum spannenden Teil, nämlich wie kannst du deine Challenge jetzt retten? Das, was du hier vor dir siehst, ist eine Kapitalkurve genau der Situation, die ich dir gerade beschrieben habe. Wir sehen hier vor uns eine potenzielle 100k Challenge, das heißt deine Startbilanz sind 100.000 Euro oder US-Dollar spielt keine Rolle, welche Währung. Du beginnst die Challenge, sie läuft nicht ganz so wie erwartet und du kommst direkt ein bisschen in den Drawdown, schaffst es vielleicht sogar, dich wieder rauszuarbeiten und dann läuft es auf einmal nicht mehr so und du merkst, wie dein Konto immer weiter ins Minus gerät, immer weiter gerät zu unter Druck, bis hier irgendwo an dem Punkt, dass du vielleicht bei minus 7% stehst und dann denkst du dir, Mist, ich muss ja eigentlich bis plus 10%, das heißt, ich muss jetzt irgendwie schaffen, 17% rauszuholen. Und das ist der Zeitpunkt, ab dem die meisten Leute so sehr in einer Abwärtsspirale stecken, dass sie sich denken, ich habe dieses Konto sowieso schon verloren und es einfach mit einem letzten verzweifelten Yolo-Shot versuchen. Dieser Yolo-Shot ist in der Regel kein wirklich guter Trade, er ist nicht replizierbar und das Ergebnis ist dann replizierbar. Es endet nämlich mit dem Drawdown dieser Challenge und damit, dass du effektiv dein Geld in den Sand gesetzt hast, damit dir das nicht mehr passiert, will ich dir jetzt meine Systematik vorstellen, wie ich das Ganze besser mache. Dazu als allererstes mal die Kapitalkurve meines Systems. Wie sieht das Ganze aus? Du hast hier denselben Verlauf, du gerätst unter Druck, du gerätst vielleicht ins Minus und das ist der Punkt, an dem du dich entscheiden kannst, anders zu handeln. Denn was ich tue, ist an diesem Punkt keinen Yolo-Shot abzusetzen, sondern ich konzentriere mich darauf, mein Konto systematisch aus diesem Drawdown rauszuholen. Du siehst hier erst kleine Schritte, die aber konstant dafür sorgen, dass ich weiterkomme. Dann gibt es einen Sprung, wieder gleichbleibende Schritte und wir arbeiten uns Stück für Stück zuerst auf Break-Even und dann kommen wir sogar aus dem Drawdown raus und schaffen es, diese Challenge ins Ziel zu bringen. Wie das Ganze funktioniert, erkläre ich dir jetzt anhand der Zahlen. Wir haben jetzt zwei Kapitalkurven gesehen und haben festgestellt, wir wollen nicht so enden wie Trader Nummer 1 und dafür müssen wir eigentlich nur eine einzige Sache tun, nämlich das Gegenteil von dem, was die meisten Menschen da draußen tun. Und die meisten Menschen geraten unter Druck und fangen an, dann dumme Entscheidungen zu treffen. Sie verdoppeln ihr Risiko, erhöhen es vielleicht einfach und kommen immer weiter in den Drawdown, weil es natürlich nicht so läuft, wie sie sich es vorstellen, sich extra Druck machen, dann einen Yolo-Shot versuchen und in den meisten Fällen geht dieser Yolo-Shot gewaltig in die Hose, das Konto ist weg und man ärgert sich und denkt sich, naja, dann kaufe ich eben eine neue Challenge. Und dann beginnt ein endloser Zyklus, in dem dasselbe Verhalten immer und immer wieder zum selben Ergebnis führt. Damit dir das nicht passiert, musst du eigentlich nur genau das Gegenteil tun und dir mal überlegen, was macht denn ein wirklich guter, professioneller Trader? Und wenn du an einen professionellen Trader denkst, der vielleicht institutionelles Geld verwaltet, dann ist die oberste Prämisse immer der Kapitalschutz. Kein Investor möchte einen Totalausfall und möchte alles verlieren, was er investiert. Lieber nicht so viel Gewinne einfahren, dafür das Kapital schützen ist hier die Devise. Und genau das sollten wir in Prop Trading Challenges auch tun. Wir wollen unser Kapital nicht aus dem Fenster schmeißen, sondern dafür sorgen, dass wir so lange wie möglich überleben, notfalls auch mal etwas länger brauchen, bis wir uns zurückarbeiten, aber eben nicht den Totalausfall erleiden. Und vielleicht merkst du schon, die Lösung liegt auf der Hand. Wir müssen, statt unser Risiko zu erhöhen, unser Risiko schrittweise minimieren. Und dafür möchte ich dir jetzt mein System vorstellen, wie ich das Ganze für mich gestaltet habe, damit du es auf dich anpassen kannst. Du musst dir eigentlich eine Metrik vor allem überlegen, nämlich, was ist für mich eine ungewöhnlich hohe Verlustserie? Wie viele Trades in Folge verliere ich im Durchschnitt? Und dann würde ich sagen, pack vielleicht nochmal einen drauf als Risikopuffer. Du musst nicht deine größte Losingstreak nehmen, darum geht es gar nicht, sondern wirklich eher eine typische, von der du sagst, das ist normal, dass ich so oft verliere, aber ab hier möchte ich mein Risiko reduzieren. Bei mir ist das eine Serie von sechs Trades in Folge. Das heißt, bei sechs Trades in Folge, die ich verliere, fange ich an zu reduzieren. Und damit du dir das besser vorstellen kannst, zeige ich dir das jetzt an einem Beispiel. Wir sehen uns einfach ein 100.000-Euro-Konto an und ich gehe mit dir das Ganze stückweise durch. Meine Positionsgröße für dieses 100.000-Euro-Konto ist einfach ein Prozent, das heißt, ich setze immer 1.000 Euro ein. Ich trade also fröhlich vor mich hin und mache die ersten paar Prozente erstmal gar nichts, bis ich bei 96.000 Euro ankomme. Das heißt, ich habe vier Prozent verloren, ich habe vier Trades verloren und habe noch maximal sechs Trades übrig, bevor das Konto bei Null ist. Ich meinen maximalen Drawdown von zehn Prozent üblicherweise bei Prop-Firmen eben erreicht habe. Das heißt, 90.000 ist gleichgesetzt mit dem Ende von dieser Challenge. Heißt, sechs Trades übrig, ab diesem Zeitpunkt greift mein System. Ich fange aber nicht an, bei diesen sechs Trades schon mein Risiko zu reduzieren, sondern ab hier bin ich in dem System überhaupt erst angekommen. Ich gebe mir weiter Zeit und zwar genau drei Trades. Heißt, ich bin immer in der Mitte meiner Serie, fange ich an, mein Risiko zu halbieren. Bedeutet, wenn ich weitere drei Trades verliere, bin ich bei 93.000 Euro und halbiere jetzt mein Risiko. Ich gehe also von 1.000 Euro auf 500 Euro. Wenn du dir die beiden Zahlen jetzt anschaust, wirst du feststellen, 93.000 Euro, wenn du diese 3.000 Euro Puffer bis zum maximalen Drawdown durch die Positionsgröße teilst, durch 500, sind wir wieder bei maximal sechs Trades, die ich verlieren kann, bis ich bei Null bin. Und genau so spiele ich das im Negativfall jetzt also weiter. Sollte mein Worst Case eintreten und ich verliere wieder drei Trades, bin ich nur noch bei 91.500 und ab diesem Zeitpunkt halbiere ich meine Positionsgröße ebenfalls wieder auf 250. Geht das Spiel so weiter, blende ich dir hier mal noch die nächsten Stufen ein. Ich würde das Ganze einfach so fortschreiten. Man kann das Ganze jetzt natürlich bis ins Unendliche spielen, möchte ich aber auch nicht. Ich habe mir sieben Stufen eingezogen. Das heißt, die letzte Stufe ist das, wo ich sage, okay, jetzt habe ich so oft verloren, ich gebe mir noch sechs Trades Zeit und ab da wäre das Konto weg. Du siehst jetzt also, wie wir den Verlust abbremsen können. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wie kommen wir daraus wieder raus? Wir wollen unser Konto ja auch wieder hochtraden und dafür nehmen wir denselben Weg, nur eben umgekehrt und steigen dafür beispielsweise jetzt mal bei 90.750 ein. Wir sind also bei 90.750 angekommen, haben eine Positionsgröße von 125 und treffen jetzt vielleicht mal wieder einen Trade, der ganz gut lief und zwar mit einem Chancen-Risiko-Verhältnis von 1 zu 2. Das heißt, ich gewinne mit einem Trade 250 Euro, bin wieder bei 91.000, wiederhole das vielleicht noch zweimal, die nächsten zwei Trades kommen auch. Damit habe ich es geschafft, mein Kapital von 90.750 auf 91.500 zu bekommen. Heißt, mein Puffer hat sich verdoppelt und damit darf ich jetzt auch wieder mein Risiko verdoppeln. Du siehst, ich halte mich einfach genau an diese Tabelle, falle ich eine Stufe zurück, halbiere ich mein Risiko, steige ich eine Stufe auf, dann erhöhe ich mein Risiko. Bedeutet also, ich bin immer in dieser Range gefangen. Ich kann drei Trades verlieren, dann bin ich wieder bei der vorherigen Stufe und wenn ich drei Trades gewinne, bin ich wieder bei der nächsten Stufe. Liegt bei mir natürlich daran, dass ich einen CRV von 1 zu 2 dafür ansetze, kannst du für dich individuell gestalten. Es geht einfach nur darum, dass du dieses Bewusstsein hast, dass du diese Level einziehst und somit dich Stück für Stück wieder nach oben arbeitest. Das Ganze ist also darauf ausgelegt, dass wir darauf vertrauen. Unser System muss ja profitabel sein, sonst gehen wir keine Prop Trading Challenge ein. Wenn du das Ganze einfach auf gut Glück versuchst, dann hilft dir natürlich kein Risikomanagement der Welt, dann musst du erstmal dein System schärfen. Wenn dein System aber funktioniert, solltest du dir damit genug Puffer geben, dass du dich wieder nach oben arbeiten kannst. Das Ganze lässt sich dann natürlich auf verschiedene Kontogrößen anpassen. Ich habe hier auch noch ein zweites Beispiel für dich mit einem 160K-Konto. Da fangen wir vielleicht mal von ganz unten an bei 144.150. Wir sehen also wieder, Puffer sind 150 Euro, die teile ich durch 6. Dann komme ich auf 25 Euro pro Trade, die ich einsetzen kann, bevor dieses Konto weg ist. Schaffe ich das Ganze zu verdoppeln auf 300 Euro Puffer, also 144.300. Dann wird die Positionsgröße auch wieder verdoppelt. Und hier werde ich im selben System immer wieder verdoppeln. Es sind quasi einfach nur andere Zahlen, aber dieselbe Systematik dahinter, wie im Beispiel mit 100.000. Damit schaffe ich es, aus dem Drawdown rauszukommen, komme wieder in eine Winning Streak und irgendwann dahin, dass mein Konto wieder break-even ist und dann eben auch in den Profit kommen kann. Und ab diesem Zeitpunkt kannst du wieder völlig normal und frei handeln. Und das ist unser System, wie wir die Kapitalkurve auf Variante 2 bekommen. Ich hoffe, du konntest das ein oder andere aus diesem System lernen. Genau diese Feinheiten bringe ich meiner Community tagtäglich bei. Wenn du dir das Ganze auch mal ansehen möchtest, dann schau gerne mal auf meiner Homepage www.noc-trading.de vorbei. Und ansonsten wünsche ich dir natürlich wie immer das beste, stabile Trades. Pass auf dich auf. Ciao, ciao.